nun so ihr Leben der Part 1 der erster ist erlöst ich weiß nicht wie erlust und schickt hat also los und hier und wenn ich gut dann weiß so hat er woher das ja noch mehr als die sich einfach alles sollte allein der Wache wohl ist er hat er leidtet mit meiner Welt keine Lava gibt es nicht gefährdet wir sind ja in dem Weg wird irgendwann überwältigt wird zu tun Prozent hier muss die Westerbocken ich darf leider noch Goldblöcken platziert werden morgen einmal durch zum Augenblick mit ihnen weil es nicht annehmen würde man also einmal bitte da einmal da und aber das ist ich will es aber nicht ich mache nicht muss es richtig machen auch so und dann immer so gefällt hat in der ersten Lohre Rätsel. Nein, das waren wir beide. Warte, okay. Das muss einfach nur zurückgezogen werden. Ja, okay. Also muss einfach nur diese Whetstone-Fackel hier deaktiviert werden. Die wird deaktiviert. Was hast du getan? Und warum? Das ist eine Beleidigung. Ich bin nicht runtergefallen. Dieses Rätsel ist eine Beleidigung für jeden, der Whetstone kann. Also für mich nicht. Nee. Weil das sind einfach nur Leitungen zurückverfolgen. Na gut, was will man anders bei Witz und Rätsel machen? Kommt nü. Platzierte Achtung. Oh, du vor. Äh, weil die müssen alle zielten. Oh, das ist ein Wettel. Scheiße. Beeiligt. 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 Ja, die, 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 äh, verschw- Oh Mann, dieses, dies geht nicht. Paul. Ja. Dieses geht nicht, weil die stacken sich ja immer. Jetzt find ich auch scheiße. Das ist eine Truhe. Warte, dann werf ich hier mal so ein Lilienblatt rein. Oh, oh. 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 Wo die Redstone-Fackeln leuchten, das ist, hä? Hä? Scheiße, Eifel zusammenstacken. Übrigens. Hier, warte. Hier ist es aktiv. Hier ist es aktiv. Danke. Hier habt ihr es übrigens auch verkackt. Weil da sind jetzt diese... Hier hat eigentlich noch keiner reingeworfen, kann das sein? Oh, übrigens noch ne Ruhe. Wo ist das denn? Du, das hat Wegraschaft. Das drin, da drin, da drin, da drin, da. Das drin, da. Ja, genau. Das ich das geil... Äh, scheiße, was stecken muss jetzt. Ganz kurz. Kann sich aber noch kurz eher. Und ne, das hat ja auch nie. Was, zau nie. Äh, weil ich einfach immer random Entrepreneur. Ja. Oh, voll. Da, ja. Gold... Gold... Golddingein, außerdem reingeworfen. Auf Hochplatte. ich mich an Konto ich hätte die in den Wohlen gar nicht so da drüben stelle erhaftet ist ihr habt ja haben wir in der Uhr jetzt einfach so gegeben ja wird hier im Urlaub und hier drinnen und da oben so ausgelöst er hat das jetzt nicht gelöst welche sich über Mino drumrum um ob man mit dem Bildschirm da war ja nicht der Fall in der Woche schafft und ihr wollt ich habe mich gut gemacht ja gut das ist ein etwas älterer März ja es ist ein bisschen scheitern also die die Hervo geht es weiter die Bündigung der Möhrer von Leidungen Brüder und das herr mit zweiter also ich weiß ja ja so dass er dann am Ende auf jeden Fall aktiviert und dann muss man vielleicht muss man hier unten in die Welt ich guck mal kurz nach oben bei Internet ich will mal gar nicht hier ist es auf jeden Fall nicht hier war ich eben gerade auch so ja okay aber hey wie geht es jetzt bitte weiter frage ich mich hier gerade eben auch Redstone Reels zählen mehr als Leute ja gut dann wenn man die Reintel kommen die wieder raus ja ganz ehrlich man kommt hier zu es ist auch schön und gut aber man sollte nicht mehr warten er wir können jetzt wieder weiter alle sechs Pisten Jump'n war so natürlich Pisten Jump'n super ich weiß nicht mehr verstellen ähm das ist nicht sozial er hält einer Blätter stehen vor Ort die Blüten rauszukommen die sind hier rausgekommen ähh ähh eck drückt die drückt die drückt die drückt die Köln die Köln der Haare gekommen drückt die Köln der Portfolio ja aber nicht wie du weh gestimmt ja Entschuldigung so hier lang was fehlt der von uns der will dass wir darüber ab eine LRF ein Kampf aber aber ich habe so eine Falle ich habe Schickböckchen nein jetzt die weiterbrach die Täter die alle Ruhm er hat Kompi Springer die Blöcke ich bin sozial Leute wenn ihr es mehr schickt der Plan die Arbeiten zusammen in den Blüten springt ja kann ich wohl doch nur in der Welt kann sich hier hinstellen aber natürlich will ich wieder den Ideen und den Ort ja es ist doch über 8 Mattel schnaupte und die Welt eventuell viele Bündchen und die Bisschen doch ein Busses auf der Druckplatte weil ich war gar nicht einmal drüben so ein Checkpoint und Entschuldigung hier ein Checkpoint Aktiviert aber ich habe so neue ich bin aber ich krieg diesen Tag am Ort aber jetzt ist du mal da besorgt hat gut Platt da die Kik ja das sei nicht voll einfach dieser Pisten Schampt aber auch geschafft ohne Lippen noch man mal wollen das L er hat ich hätte jetzt uns was gegeben so und haben auch hier er hat mich schon wieder tot nein können wir noch mehr zu essen gehen ich verhunger hier war ich erwarte nein ich wollte ihm gerade was geben ich warte noch einen Punkt nein gut ähm ich glaube die Steinbälle drauf Hallo Leute Bene ist kurz weg ist verschieden aber hat vergessen sein Minecraft zu schließen ich hab das Störmann in der Zeit geschafft ohne zu cheaten Bene und Paul können das bezeugen und ich warte jetzt so lange bis Paul das geschafft hat bis zum Zeitraffer ein der ja und das so und so und wie so eine fehlmusik Alapoy haben wir mehr und vielleicht kann die Nein kennt man sich nicht in einem Nehmel nehmen mit dem zweitenpart am dritten wenn ich mir 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 wenn ich mir mir nicht mehr wenn ich mir 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 etwas nichts das geht nur mit so einer Ekeergebring er sucht sich ja 8 geht L 11 ich ollenhaal ich habe nichts genau der AX Dwerg Hey, I think what I want to... Oh, ich hab's geschafft. Endlich. Ich könnt ihr jetzt runterschlagen, aber ich werd's nicht tun. Ach, Scheife. Verdammt. Herrlich. Ich hab Fehler gemacht. Ich wollt mich nur zu beerdet schieten und... Ja, ist eigentlich hintert. Ach, verdammt. Oh, aus versehen ist hier ein Checkpoint erschienen. Oh, wie hast du das denn? Wie hast du den Checkpointaktiv... Du hast ne Fackel. Tim Kyy! Dralralralala lalalala l ólel ala l für das unerlaubte Benutze von Wasser Ei... Prozent der Wettbewerb in der Welt mit dem Wasser einmal zu das ist ein Checkpoint für dich und man hat Kassmann bedarf die ganze Zeit in Quete Modus zu gehen durch die Euro vor hier aus wie ich gefällt okay ich warte so lange hier mit einem leeren Eimer das ist doch irgendwie unfair oder da 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 wäre ich ich hab ja eigentlich irgendwie schon geschafft oder nein hast du nicht und ich werde diesen Schalter auch nicht drücken Boah ey finde ich völlig sozial von dir ich guck dir jetzt zu Boah Fick dich! wie du so stehst wenn ich auf YouTube wenn ich ins nächste Level will oh ich hab's geschafft hier nein das scheiße der Scheißteil kommt noch ich hoffe ich verstehe meine Rage ein bisschen wo bist du ey wieso weil ich hör auf weil ich sonst das eben weh nein nein einfach nur nein was ist das was soll ich machen was soll ich machen was soll ich machen ok Leute dann mach ich das jetzt und ich schneide das raus weil mir ist kein interessiert ja ist ok ich will nur sehen wie du das Jumpman schaffst ja dann mach ich das jetzt so ich will nur sehen wie du failst wow das war über die Schuhe ok jetzt wird's langweilig hier kommt die Scheiße ok du wenn du noch einmal failst dann darfst du kommen ich darf kommen nicht so kommen ok ok wohin denn kommen ja zum Raum denn noch einsam mann der hat er eher ein schwereres ach so sehr gut es schaffe ich ja ich hatte mich jetzt heimgesprünge und er steht immer noch bene m ok Leute das war's mit der Map wir sehen uns eine nächste wir haben sie wir haben gewonnen und nein das Jumpman macht's jetzt bis zum Ende hier ist alles auseinander gebrückelt hoffentlich wie den so einen coolen Schatz ich springe mal über den Blog ich hab ne Truhe gefunden das Jumpman ich bin ich bin auch hier ich bin bei ich bin Vielen Dank.